... oder Maßregelungen oder wirklich eigentlich auch Eingriffe in Laufbahn und Karriere stattfinden, dann hören wir das nur, wenn das angeblich in Anführungsstrichen zu links ist. Wir hören das neuerdings auch sogar von den Hochschulen, dass da Themen als Dissertationen nicht mehr zugelassen werden sollen, weil das zeigt nicht Philosophie, weil zu links. In Oberfranken ist seit 2017 ein AfD-Kreisfunktionär Schulleiter einer Mittelschule. Was ist zu links und was zu rechts für den Staatsdienst? Wie viel politische Meinung darf ein Lehrer haben und wie offen darf er damit umgehen? Lehrkräfte sollen Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, ihre eigenen Interessen zu erkennen und sich eine Meinung zu bilden, sagt Gerhard Baudler von der GEW. Nur ... Das können sie nicht oder es wird ihnen erschwert, wenn sie selber an solchen Zügeln gehalten werden und solche Einschränkungen, solche Zäune um sich da dulden müssen. Mit welchen Konsequenzen? Leon hat den Song gelöscht. Um seine Verbeamtung nicht zu gefährden. Doch dann hat es angefangen, in ihm zu arbeiten. Es war nicht nur diese Geschichte, sondern viele andere Dinge, die ihn am staatlichen Schulsystem gestört haben. Und so hat er für sich entschieden, das Referendariat zu verlassen. Er will jetzt an einer Privatschule unterrichten. Und nebenbei rappen, worüber er will. Die Fuß am Beat! Okay.